Ein von Grund auf sorgfältiger Anstrich von Metall mit Leinölfarbe im Außenbereich gibt einen beständigen Schutz vor Rost. Im Innenbereich kann der Anstrich mit Eisenmenninger entfallen. Vor Beginn kontrollieren, dass alle benötigten Materialien und Geräte vorhanden sind. Leinölfarbe in ihrem Wunschfarbton, Eisenmenninger zum Schutz vor Rost, Balsamterpentin, leeres Gebinde zum Anmischen der Farbe, Rührstab zum Aufrühren der Farbe, geeignete Pinsel, Messbecher, Lappen zum Abwischen von Pinseln und Händen, Seife zum Reinigen der Pinsel und Hände. Lesen Sie vor Beginn der Arbeit die Arbeitsanleitungen und sonstigen Empfehlungen in unserer Broschüre und auf der Homepage gut durch. Der Verbrauch je Anstrich auf glatten Oberflächen liegt bei 12 bis 20 Quadratmeter pro Liter Farbe. Die Trockenzeit beträgt bei normalen Voraussetzungen 2 bis 3 Tage. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 15 bis 25 Grad. Für eine gute Belüftung im Arbeitsraum muss gesorgt werden. Hiermit beschleunigt sich auch das Trocknen der Farbe. Der Untergrund muss zunächst vollständig entrostet werden. Die Dose mit der Eisenmenninger wird mit einem Spachtel geöffnet, damit der Deckel nicht beschädigt wird. Dann kann die Dose später wieder luftdicht verschlossen werden und die Farbe bleibt lange Zeit haltbar. Die Farbe wird in einem größeren Mischbehälter umgefüllt. Mithilfe eines Spachtels wird die Wand der Dose abgeschabt, damit keine Farbe verloren geht. In einem Messbecher wird Balsamterpentin entsprechend 10% der Farbmenge eingefüllt. Das Balsamterpentin anschließend zur Eisenmenninger geben und gut aufrühren. Der Rührstab wird mit einem Pinsel abgewischt. Vor dem Gebrauch muss die Farbe erneut gründlich aufgerührt werden. Dem Pinsel nicht zu tief in die Farbe tauchen. Zu viel Farbe im Pinsel macht es schwer, die Farbe gleichmäßig auszustreichen. Durch die hohe Deckkraft der Eisenmenninger wird nur sehr wenig Farbe gebraucht. Bei diesem glatten Metall nehmen wir als Pinsel einen großen Flächenstreicher, um großzügig arbeiten zu können. Die Farbe zügig verstreichen und mit langen Pinselzügen über das Metall abschließen. Wie man sieht, deckt diese Farbe sehr gut. Damit die Oberfläche eine gleichmäßige Farbschicht erhält, muss die Arbeit abschließend mit langen Pinselstrichen durchgezogen werden. Den Pinsel bis zum nächsten Anstrich in einem Behälter mit rohem Leinhüll aufbewahren. Den Deckel andrücken und das Gefäß beschriften. Damit weiß man später besser, was im Farbvorrat steht. Nach ca. zwei Tagen und völliger Durchtrocknung des ersten Anstrichs kann der zweite Anstrich aufgebracht werden. Das Leinhüll wird aus dem Pinsel gedrückt und mit einem Lappen abgewischt. Für den zweiten Anstrich nehmen wir unverdünnte Eisenmenninger. Die Farbe muss erneut gut aufgerührt werden. Den Pinsel nicht zu tief eintauchen, da es sonst schwerer ist, die Farbe gleichmäßig zu verteilen. Die Farbe mit der gleichen Technik wie beim ersten Anstrich aufbringen und mit langen Zügen über die ganze Fläche abschließen. Den Pinsel mit Wasser und Seife auswaschen. Jetzt kann er für den endgültigen Anstrich in einem beliebigen Farbturm verwendet werden. Unsere Farbwahl fiel auf Grafit Grau. Auch diese Farbe hat eine hohe Dichte und muss daher sehr gut aufgerührt werden. Wir streichen erneut mit der gleichen Technik. Wenig Farbe im Pinsel und lange Pinselstriche. Sie sehen, die Farbe deckt beinahe nach einem Anstrich. Der Pinsel hat in der Zwischenzeit in rohem Leinöl gestanden. Und wird für den letzten Anstrich vorbereitet. Nach vollständiger Durchtrocknung der Farbe, also nach etwa zwei Tagen, ist es dann soweit. Die Farbe wird erneut gut aufgerührt. Dieser letzte Anstrich ergibt das Finish. Deshalb besonders sorgfältig mit wiederholten langen Pinselstrichen arbeiten. Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen verschmutzte Lappen vor der Entsorgung unbedingt mit Wasser nass gemacht werden. Die Pinsel werden mit Wasser und Seife gereinigt. Ein gebrauchter, gut gepflegter Pinsel von hoher Qualität ist häufig besser als ein neuer Pinsel. Wenn man weiß, dass man einige Tage später mit der gleichen Farbe wiederstreichen muss, kann der Pinsel in einem Behälter mit rohem Leinöl aufbewahrt werden. Die Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften von Leinölfarbe auf Metall sind sehr gut und ergeben eine optisch schöne, seitenglänzende Oberfläche. Die Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften von Leinölfarbe auf Metall